Ja, ich bin mit Permanent Panne dieses Jahr 2018 bin ich noch unterwegs. Ich bin im Boulevard Theater in Dresden am 5. September, 6. September im Haus Leipzig und am 8. September im, heißt das Waschhaus tatsächlich, ja? In der Waschhaus Arena, heißt das Waschhaus Arena, ja, in Potsdam. Würde mich freuen, wenn ihr da vorbeikommt und ich werde aber da schon, weil wir sind da schon am Ende des Jahres, werde da schon mal neue Nummern ausprobieren. Würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dazu kommt. Ich bin auf jeden Fall da und bringe auch Stimme mit.